Das Beste, was du für deinen Nintendo Switch tun kannst, schalte die Altersbeschränkung bei deiner Switch ein. Das gibt dir nämlich die Möglichkeit, ein Passwort zu deiner Switch hinzuzufügen. Durch dieses Passwort kann niemand deine Spiele spielen und vor allem keine wichtigen Daten löschen. So bleibt deine Nintendo Switch für immer gesichert. Und sollte sich jemand stehlen, ist es eine tote Switch, denn das Passwort kennst ja nur du.